Heute spreche ich über die Fehler, die wahrscheinlich schon jeder von uns irgendwann mal gemacht hat, aber die man tunlichst vermeiden sollte. Wenn du den Snus-Button drückst, dann sendest du ein falsches Signal an dein Gehirn. Social Media am Morgen, das bringt tatsächlich Kummer und Sorgen. Also lass Social Media morgens weg. Dann solltest du agieren statt reagieren. Setz dich abends schon mal hin und schreib einfach die Kudos auf, die du nächsten Morgen erledigen möchtest. Und auch den nächsten Fehler hat bestimmt jeder von euch da draußen schon mal gemacht. Bitte die Hand nehmen in den Kommentaren, wer es gemacht hat. Und zwar, die erste Aufgabe des Tages heißt, das Bett ordentlich machen. Morgens erstmal ein paar Litros tanken, mein Freund. Spring morgens schnell unter die Dusche. Dusch dich kurz ab, dass du dir, deine Haut und wahrscheinlich auch dein Wohlbefinden sehr gut. Das ist einfach ein Fakt. Supplemente bringen nichts. Die behaupten immer wieder, das wäre alles nur Bullshit, das wäre alles nur Humbug. Und eigentlich braucht es doch nur richtiges Essen. Denn wer behauptet, Supplements bringen nichts, der behauptet auch, Nahrung bringt nichts. Und doch Supplements bringen was. Und das ist keine Meinung. Selbstzweifel besiegst du dadurch, dass du dir immer wieder bewusst machst, was du alles kannst. Deswegen schreibe dir jeden Abend auf, was du Tolles kannst. Führe ein Selbstwertjournal. Und bei Selbstzweifeln blicke in dieses Selbstwertjournal und schau, wie viele tolle Sachen du kannst. Und dann vergleiche. Okay, eine Sache ist jetzt nicht so toll, aber ganz, ganz viele in verschiedenen Listen stehen in diesem Selbstwertjournal. Und du siehst, wie toll du eigentlich wirklich bist.